Wenn der Schlitten in Ihrem HP OfficeJet Pro 8210 Drucker blockiert ist und das Bedienfeld des Druckers eine Schlittenstau-Fehlermeldung anzeigt, kann es sein, dass ein Papierstau am Schlitten vorliegt. Beheben Sie den Papierstau und löschen Sie die Fehlermeldung, um den Druckvorgang fortzusetzen. Entfernen Sie gestautes Papier aus dem Zufuhrfach, dem Zugangsbereich zu den Tintenpatronen und der Rückseite des Druckers. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Taste OK, um zu versuchen, den Papierstau automatisch zu beheben. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ziehen Sie das Zufuhrfach heraus und entfernen dieses vom Drucker. Entfernen Sie alle losen Papierblätter und gestautes Papier aus dem Zufuhrfach. Leuchten Sie mit der Taschenlampe in das Zufuhrfach und entfernen Sie eventuell vorhandenes Papier. Schieben Sie das Zufuhrfach wieder zurück in den Drucker. Schalten Sie den Drucker aus. Begeben Sie sich zur Rückseite des Druckers. Ziehen Sie das Netzkabel und alle weiteren angeschlossenen Kabel ab. Sie müssen das Netzkabel trennen, bevor Sie in das Innere des Druckers fassen, um das Risiko von Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden. Begeben Sie sich zurück zur Vorderseite des Druckers. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen. Leuchten Sie mit der Taschenlampe in den Bereich der Zugriffsklappe zu den Tintenpatronen und entfernen Sie eventuell vorhandenes Papier. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen. Begeben Sie sich zur Rückseite. Drücken Sie die beiden Laschen an der hinteren Zugangsklappe gleichzeitig, um diese zu öffnen. Drücken Sie die beiden Laschen an der Abdeckung für den Papierpfad gleichzeitig und ziehen Sie diese zu Ihnen, um diese zu entfernen. Entfernen Sie eventuell gestautes Papier. Führen Sie die Abdeckung für den Papierpfad wieder zurück in den Drucker. Schließen Sie die hintere Zugangsklappe, indem Sie diese nach vorne drücken, bis die beiden Laschen einrasten. Verbinden Sie das Netzkabel und alle anderen vorher verbundenen Kabel. Begeben Sie sich zurück zur Vorderseite. Schalten Sie den Drucker ein. Ziehen Sie das Zufuhrfach heraus und legen Sie Papier ein. Schieben Sie das Zufuhrfach in den Drucker. Versuchen Sie, Ihr Dokument zu drucken. Wenn der Fehler Druckschlittenstau weiterhin auf dem Drucker angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Stellen Sie sicher, dass sich der Schlitten frei über die gesamte Breite des Druckers bewegt, um zu prüfen, dass keine Papierstaus vorhanden sind. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen. Warten Sie vor dem Fortfahren, dass der Schlitten zum Stillstand kommt und keine Geräusche mehr verursacht. Begeben Sie sich zur Rückseite. Trennen Sie bei eingeschaltetem Drucker das Netzkabel und alle anderen Kabel. Trennen Sie das andere Ende des Netzkabels von der Stromquelle. Sie müssen das Netzkabel trennen, bevor Sie in das Innere des Druckers fassen, um das Risiko von Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden. Begeben Sie sich zurück zur Vorderseite. Verwenden Sie eine Taschenlampe, um nach Papier zu suchen, das den Schlitten eventuell blockiert. Entfernen Sie eventuell vorhandenes Papier und Fremdkörper. Greifen Sie in die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen und schieben Sie den Schlitten manuell zu einer Seite und dann zur anderen Seite. Entfernen Sie Ablagerungen am Schlittenpfad. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen. Begeben Sie sich zur Rückseite. Stecken Sie das Netzkabel wieder in die Stromquelle. HP empfiehlt als Stromquelle eine Wandsteckdose, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels erneut mit dem Drucker und verbinden Sie dann alle anderen vorher verbundenen Kabel. Begeben Sie sich zurück zur Vorderseite. Schalten Sie den Drucker ein. Versuchen Sie, Ihr Dokument zu drucken. Wenn der Fehler Druckschlittenstau weiterhin auf dem Drucker angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Papier und Verunreinigungen unter und um den Schlitten blockiert den Schlitten. Entfernen Sie den Druckkopf, prüfen Sie nach Hindernissen und setzen Sie den Druckkopf wieder ein. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen. Begeben Sie sich zur Rückseite. Trennen Sie bei eingeschaltetem Drucker das Netzkabel und alle anderen Kabel. Sie müssen das Netzkabel trennen, bevor Sie in das Innere des Druckers fassen, um das Risiko von Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden. Begeben Sie sich zurück zur Vorderseite. Schieben Sie den Schlitten in den Zugangsbereich zu den Tintenpatronen. Heben Sie den Verriegelungsgriff für den Schlitten an, um den Druckkopf zu entriegeln. Halten Sie den Druckkopf, ohne dass Sie die Tintenpatronen entfernen, an dessen Seiten, heben Sie diesen an und heraus, um ihn zu entfernen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie mit der Unterseite des Druckkopfes nicht an den Drucker stoßen oder daran reiben. Legen Sie den Druckkopf umgedreht auf ein sauberes Blatt Papier. Lassen Sie den Druckkopf nicht für einen längeren Zeitraum außerhalb des Druckers. Dies kann den Druckkopf und den Drucker beschädigen. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe ins Innere des Schlittenbereichs und entfernen Sie eventuell vorhandenes Papier und Fremdkörper. Halten Sie den Druckkopf an dessen Seiten, dass die elektrischen Kontakte zur Rückseite des Druckers zeigen, und führen Sie den Druckkopf in den Schlitten ein. Schütteln Sie den Druckkopf vorsichtig von links nach rechts, um sicherzustellen, dass der Druckkopf vollständig auf dem Schlitten sitzt. Senken Sie den Verriegelungsgriff für den Schlitten ab, um den Druckkopf zu verriegeln. Prüfen Sie und stellen Sie sicher, dass keine der Tintenpatronen weiter herausragt als die anderen. Wenn eine Tintenpatrone herausragt, drücken Sie diese ein, bis sie einrastet. Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen. Begeben Sie sich zur Rückseite. Stecken Sie das Netzkabel wieder in die Stromquelle. Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels erneut mit dem Drucker und verbinden Sie dann alle anderen vorher verbundenen Kabel. Begeben Sie sich zurück zur Vorderseite. Schalten Sie den Drucker ein. Versuchen Sie, Ihr Dokument zu drucken. Wenn der Fehler Druckschlittenstau weiterhin auf dem Drucker angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Ein Zurücksetzen des Druckers und das Verbinden des Netzkabels direkt mit einer Wandsteckdose kann dabei helfen, Fehler bei einem Druckschlittenstau zu beheben. Begeben Sie sich zur Rückseite. Trennen Sie bei eingeschaltetem Drucker das Netzkabel und alle anderen Kabel. Ziehen Sie das andere Ende des Netzkabels von der Stromquelle ab. Warten Sie mindestens 60 Sekunden. Verbinden Sie das Netzkabel wieder mit der Stromquelle. HP empfiehlt als Stromquelle eine Wandsteckdose, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels erneut mit dem Drucker und verbinden Sie dann alle anderen Kabel. Begeben Sie sich zurück zur Vorderseite. Schalten Sie den Drucker ein. Versuchen Sie, Ihr Dokument zu drucken. Wenn der Fehler Druckschlittenstau weiterhin auf dem Drucker angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn Sie alle Schritte ausgeführt haben und weiterhin Probleme auftreten, muss der Drucker möglicherweise gewartet werden. Die Optionen zur Wartung Ihres Druckers können davon abhängen, wie lange Sie Ihren Drucker bereits besitzen und in welchem Land Sie leben. Kontaktieren Sie HP und erkundigen Sie sich nach den Supportoptionen für Ihren Drucker. Die Optionen zur Wartung Ihres Drucker Die Optionen zur Wartung Ihres Drucker Die Optionen zur Wartung Ihres Drucker